Ihr erinnert euch, was ihr heute Morgen auf der Strecke so ein bisschen mitbekommen habt. Den Streckenverlauf, die erste Runde, also wir fahren so schnell wieder langsam mit dem Runde, das ist klar, und die ersten Runde dann noch mal zum Einfahren etwas langsamer, das ist, was ihr denkt, dass das ein bisschen nachschauen wird. Hier noch mal den Rückspiegel checken, aber wirklich keiner von hinten noch angeschaut. Hier noch mal den Rückspiegel, der sich rausfährt, aber es ist nicht die weiße Linie, dann würde ich sagen, klingeln wir los. Röhe Trachtwein, die hier zu Bescheidung kommen und den Körpers mitnehmen. Dann fangen die Regeln zum Körpers fahren und schön rauf fahren. Röhe Trachtwein hier über den Körpers, damit wir also nicht zur Seite in die Hackerstein hier rüber kommen. Dann fassen wir das Auto rechts über die Körpers hier. Dann fassen wir aus dem Körpers hier den Körpers mit. Dann fassen wir aus dem Körpers, damit wir auch ausmerken, dass wir hier den Körpers haben. Dann fassen wir ab und in einem Lenkwinkeliga zurück. Dann fangen wir auf dem Körpers. Dann fangen wir ab und fangen. Dann fangen wir ab und ab. Schön sauber einfahren und in einem Lenkwinkel das Fahrzeug an. Über den Kuppers, nach rechts einlenken, wir sehen nichts, aber zu den Schönen, bis gleich dann. Die Führung ist in der Kuppers, in der wir sehen, dass die Führung von den Kuppers, um die Führung zu verwerfen. Nach dieser Kurve setzen wir alle den Klinker rechts, das heißt die Kruppe hinter uns. Dann muss die Kruppe überholen, links, rechten Klinken bitte. Weiter geht's, habt ihr super gemacht. Dann brauchen wir noch ein bisschen Abstand und so, dann lass ich gleich hier lassen uns schön weit raus und sagen, Geschwindigkeit verringern, ja, zum Scheiteln muss die Reisen ziehen wir rein können und nochmal raus, wir machen keinen Wechsel, keinen Wechsel, erst in der nächsten Zurück. Und aufgehen. Den Kruppenachsen ist ein gutes Frühplan, dann kommt die Auto runter, jetzt auf die Person rüber, jetzt in den Körper ein bisschen, in den Kopf. Dann antreten, früh rein gehen. Notbühlenhof ist hier ganz spät, wie kaum fragt, weil es die ganze Eintrackung weitergeht. Manchmal haben Sie auch gemerkt, die Freude los. Früher reingeht wieder die Quark mit dem Fahrzeug. Ja, das ist anders. Wir sehen uns über den Landwechsel. Wir sehen die Hatterstelle neben wir mit. Wir gehen hier über den Quark und über den Quark. Das ist wieder in den Quark. Ein bisschen später Scheitelpunkt, aber wir müssen den Quark komplett umlegen. Und dann zum Ausflug. Lieber ist das langsam mal hier reinfahren. Ja, eine Linie finden und dann mit einem Lenkwinkel hier zum Scheitelpunkt passen. Und wieder aus. Fahrt reinpassen. Autos umlegen. Die Quark passen. Die Kraft ziehen. Und Raum tragen lassen. Das ist sehr schön. Ihr bleibt aber schön. Trastig. Und das ist schon zusammen. Die Abschneitte passen wir ganz gut. Hier können wir noch kurz gehen fahren. Die Beratung ist jetzt auf. Und etwas weiter ausfragen. Etwas später Verscheidelpunkt. Und auch die ganze Strecke. Die zweite Bahn rausfahren. Wieder raus. Ganz wein rausfahren. Und mit dem Dreieck. Andress zum Scheitelpunkt. Hier blinke rechts und links. Bitte rausfahren. Und mit dem Heiligen Zug. Und mit dem Geil Johans. Aufschließen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020